Und wir sind wieder zurück in Ocarina of Time. Wir sind jetzt im Wassertempel. Sehr idyllisch, muss ich sagen. Ist nicht so komischer Ton, sondern so richtig entspannend. Jetzt muss ich mich hier gerade mal selber umgucken. Also da sind auf jeden Fall schon mal zwei verschlossene Türen. Ist das ein Spiegel oder? Keine Ahnung. Nee, kann ja nicht. Das ist ja Wasser. Und da ist auch eine... Ach ja, stimmt. Ich muss ja hier die Eisenstiefel anziehen. Och Gott. Ähm, okay, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Aber da ist noch ein anderer Gang. Hier, gehen wir gerade mal hier rein. Seht ja gerade so einladend aus. Oh, Prinzessin Rudu. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Link? Du bist Link, oder? Ich bin es, Rudu. Deine Braut, die Prinzessin der Zoras. What? Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich sieben langen Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Ja, da hast du recht. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras' Reich ist eingefroren. Alles über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Schiek hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden... Hm, noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Zoras' Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es drei Stellen, an denen du deinen Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeil dich. Okay, das Prinzessin Ruto hat es nicht vergessen, trotz all den Jahren, dass wir sie heiraten. Also das denkt sie zumindest. Link ist natürlich anderer Ansicht. Der hat ganz andere Vorstellungen, wen er mag. Und wir folgen jetzt mal dem Prinzessin Ruto. Da ist ein Riss in der Wand. Okay. Sehr interessant. Muss ich mir mal Hinterkopf behalten. Und wir kommen in einen... Oh, was ist denn das? Uiuiui. Oh nein. Die kommen mir wieder nach. Kann ich die eigentlich so zerstören? Okay, die lassen sich so zerstören. Aber das... Aber nur kurz. Nein, da kann ich den... Der Stachelstein. Ziele mit einer Distanzwaffe auf ihn, wenn er sich einen harmlosen Stein aussieht. Dann nehme ich mal den Haken. Okay, danke Navi für den Tipp. Eiserne Seeigel. Also die sehen aus wie Seeigel. Eine große Kiste sogar noch. Entweder der Kompass oder Karte. Ich vermute, aber die Karte ist ja fast eigentlich immer das erste Item, das man kriegt. Die Labyrinth-Karte. Was ist denn das hier vorne? Gut, ich kann hier gar nichts mehr machen. Doch, die Bombe kann ich nur mitnehmen. Nein! Ja, ich habe sie noch geholfen. Ähm... Ist hier sonst nichts? Ist es Gurtula-mäßig oder so? Was ist denn das? Jener, der den Zugung auf dem Grund des Sees öffnen will, möge ein Schlaflied aus den königlichen Überlieferungen spielen. Ähm... Ah! Hm, okay. Ich zähle das Wiegelied. Klar, Schlaflied, Wiegelied. Ich muss jetzt gerade mal kurz einen Moment nachdenken. Und der... Und das Wasser geht runter. Ich wollte gerade sagen, das Wasserspiegel... Ja, das Wasserspiegel geht jetzt nach unten. Und wir sollen natürlich wahrscheinlich hinterher springen. Von da sind wir gerade gekommen, aber... Ach, ja. Man sieht es... Man sieht es sofort. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache. Oder auch nicht. Nummer eins. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt da... Was hinter der Tür ist. Ähm... Vorsicht vor Killer-Muscheln! Ihr innerliegendes Klappmuschel scheint der empfindliche Punkt zu sein. Benutze eine Distanzwaffe. Dann nimm mal doch den Haken bei dir. Ja, da würde ich mal sagen, die Muschel hat eindeutig jemand so voll genommen. Aber warum droppen die so viele Items? Jetzt sagt sich, es kommt schon wieder eine große Truhe, aber das ist jetzt nur so eine kleine. Ein kleiner Schlüssel! Ja, stimmt. Wir haben ja eben verschlossene Türen gesehen. Okay, mehr konnte ich in dem Raum aber auch irgendwie nicht machen. Gut, äh... Dann laufe ich mal im Uhrzeigersinn. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Da ist jetzt noch ein Gang. Was ist da drüben? Oh! Okay, da ist die verschlossene... Da ist aber auch eine verschlossene Tür. Ja, okay, aber bevor ich da reingehe, gehe ich jetzt erstmal im Uhrzeigersinn und gehe alles außen abklappern, was geht. Hm. Man sieht schon, man braucht hier die Bomben. Und wir brauchen wieder unsere Eisenstiefel. Warum ist denn hier diese Musik? Ach, die Muscheln sind sogar im Wasser. Das hat gerade ausgesehen, als hätte er Blut verloren, weil das rote... Äh... Seifenblasen, würde ich gerade sagen. Weil das rote, äh... Bläschen waren. Der Tempel ist ein bisschen verwirrend. Hier das Wasser steigt. Kann mich nicht bestimmt dran festhalten, ja. Nein. Mensch, Schauer. Oh, mein Gott, wie kämpfe ich denn hier gerade? Was ist das? Oh, dahinter... Dahinter ist ein Skurt oder eine Goldene? Wie komme ich denn da dran, bitteschön? Stehe ich denn, was ist das? Gibt es hier irgendwie einen Schalter oder so? Hm. Probierst mal was anderes vielleicht... Nein! Vielleicht erreicht der Link das... Oh, boi! Mit der Bombe? Auch nicht. Hm. Okay, das... Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich... Ich wollte eigentlich nur, äh... Hochspringen und, äh... Zuschlagen. Also, ja, habe ich jetzt quasi gemacht, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass der... Dass der das trifft. War das eigentlich so vorgesehen? Sollte das so sein? Ich weiß es nicht. Denn es gab ja keinen anderen Schalter, den man jetzt findet. Warum findet man in einem Wassertempel unter Wasser Bomben, die man sowieso nicht benutzen kann? Okay, wir haben jetzt eine goldene Skortula. Wir haben einen Schlüssel. Und wir können jetzt hier auch nichts machen. Das heißt, wir gehen jetzt... Zum nächsten Bereich. So, an sich ist der Tempel ja eigentlich... Hamun... Oh, ich kann das voll gar nicht aussprechen. Auf jeden Fall hat der Tempel eine beruhigende Art an sich. Wegen der Musik und dem Wasser. Hm, hier war jetzt nichts mehr, ne? Nee. Okay. So, der Typ komisch noch. Ich will jetzt erstmal hier... Moment, das Zeichen, das habe ich doch schon mal gesehen, oder? Ah, genau. Das war in den verlorenen Wildern. Das konnte man schieben. Ja. Mein lieber Mann, ist der Flur lang. Und da geht es auch wieder runter ins Wasser. Ich ziehe jetzt gerade mal wieder die Eisenstiefel an. Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen hin und her. Stiefel, normal... Also Eisenstiefel, dann wieder normale Stiefel. Und wie schon gesagt... Und jetzt wieder die normalen Stiefel. Immer so hin und her. Geht aber leider nicht anders da. Wenn wir das nicht machen, kommen wir auch nicht weiter. Ich sehe gerade, da ist quasi wie so ein Abgrund. Also... Was ist denn hier unten? Äh... Ah, da ist ein Schalter. Ah, bestimmt, wenn ich den Schalter aktiviere, dann kommt diese... Diese... Dieser Wasserstrudel nach oben. Ah, sag ich doch. Oh, Link. Die runterfallen. Hä, wo ist denn der hin? Ah, der ist bestimmt runtergefallen. Egal, gehen wir weiter. Oh, da ist ein Tor. Aber wie soll ich da... Ich sehe gerade, da drüben kann man sich mit dem Haken festhalten. Das heißt, ich muss... Wahrscheinlich reißt die Strömung mich... Ja, reißt die Strömung mich hier immer im Kreis. Muss ich gucken, dass ich da genau hier... Uiuiui. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Oh, da ist hier noch ein Schalter. Aber warum ist hier noch ein Schalter? Oh, nee. Ich hasse das, ne? Wenn das mit Zeit ist. Nein, Arling. Komm, komm, komm. Wir müssen bestimmt hoch, ja. Konnte ich mir schon denken. Und da ist wieder eine kleine Truhe. Brauchen wir die erstmal mit? Ein kleiner Schlüssel. Ja, und jetzt? Ist das Tor... Tor wieder unten. Das ist auch wieder mit Zeit, oder? Ah, ja. Nein, leg mir nichts durch. Also die zwei... Nein, haut ab. Haut ab, haut ab. Ich will nichts von euch. Ah, jetzt werden wir hier mit... Wir werden mal einmal im Kreis gedreht. Oder ein Viereck, besser gesagt. Quadrat. Sonst ist hier nichts mehr. Ah, da bist du ja wieder. Ich frag mich mal nur, wie du wieder hochgekommen bist. So, kannst du doch gar nicht springen. Kusch! An den Schalter werde ich jetzt nicht rankommen. Aber ich versuche mal, ob ich mit dem Haken... Ja, natürlich. Halt dich fürs Ding. Puh. Und wieder die Stiefel an. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Und es gibt ja... Hab ich ja gesehen? Zwei verschlossene Türen. Vielleicht gibt es aber auch mehr. Ich weiß es nicht. Hä, was ist denn jetzt los? Achso. Ach, Moment. Moment. Ich komm ja so nicht hoch. Ich probier mal was anderes. Jawohl. Oh nein, Link. Hör auf die Ansicht zu. Nein, oh. Okay. Sonst ist hier groß nichts mehr. Also, hier ringsherum. Nicht, dass ich wüsste... Was ist denn da hinten? Gucken wir einmal hier. Das ist aber auch noch ein Gang. Ich weiß es jetzt nicht. Ey, egal. Ich geh jetzt einfach mal durch die Tür hier. Ähm... Okay, hier ist der Magani. Doch. Kann man sich festhalten... Festkrallen. Aber... Ich glaub nicht, dass ich da jetzt... Moment. Nee, das war klar, dass der Link da jetzt nicht drankommt. Ey, da oben ist eine goldene Skortola. Da ganz oben. Ah, ich probier's mal von einer anderen Sicht. Ah. Ich muss grad sagen, hä? Ah, da können wir wieder Zelda's Wiegellied spielen. Mhm. Äh, ich hab grad gesehen, da ist ein Eingang. Der Block, der sich grad erhoben hat, ist genau unter dem Eingang gewesen. Gehen wir da mal noch schnell hin, bevor wir die Skortola erhaschen. Müsste hier gewesen sein. Ja, genau. Ich hab immer so ein bisschen bammelt, dass da so ein fetter Gegner kommt oder so. Weil ich bin nicht drauf vorbereitet. Hier ist ja mal gar nix. Uh. Oh, oh, oh. Nee, dann mach ich das lieber mal so. Ich aktivier jetzt mal den Schalter. Ach, du lieber Gott. Oh, nee, die kommen gar nicht auf mich zu. Sehr schön. Dann versuch ich die... Dann blinkt. Macht das doch kaputt. Nummer eins. Zwei. Komm, zeig dich. Jawoll. Oh. 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 Ja, ich hab grad gesehen, da ist noch ein Eingang. Aber wie mach ich denn den auf? Okay, hat sich grad erledigt. Äh. Dann warum sammle ich dir eigentlich die Items ein? Kann ich ja eh nicht benutzen. Okay, das da hat sich gerade geöffnet. Dann gehen wir doch mal jetzt grad da hochgucken. Und schon wieder eine kleine Truhe. Da kann ja nur wieder ein Schlüssel drin sein. Da geh ich doch. Gut. Nachdem wir den Schlüssel haben, können wir auch wieder weiter höher gehen. Da, wo die goldene Skortole an der Wand klebt und quasi nur darauf wartet, dass wir sie befreien, erlösen und so die verfluchten Einwohner wieder normalisieren können. Oh, juhu. So, jetzt sind wir auch oben. Da muss ich grad mal gucken, wo die war. Hm? Äh, bin ich doof? Ich hab doch, ich hab doch eben das Skortola gesehen, oder nicht? Ah, ich hör sie, ich hör sie. Da ist sie. Aber das Ding ist... Ach, toll. Ich komm da gar nicht dran. Hm. Okay, dann kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher. Ich weiß es nicht, aber ich werd sie auf jeden Fall nicht vergessen. Okay, das ist hier das Zoo. Da ist eine verschlossene Tür. Wir haben noch zwei Schlüssel. Ah, Moment mal. Ich will ganz, 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 ganz kurz mal was prüfen. Das... Das hab ich nämlich noch im Hinterkopf. Hm, wo war in der Raum gewesen? Ich glaub hier. Ja, mit den zwei Fackelsternern. Ich hab ja, äh, mir das ja gemerkt, dass der Wasserpegel immer steigt und wieder runter geht. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich diese aufgerissenen Mauer... Jawohl. Ob man dort hinkommt. Nee, okay. Dann muss ich die Bombe benutzen. Okay, hier kriegt man... ...wahrscheinlich wieder... Ja, sag ich doch, einen Schlüssel. Sonst ist hier nix? Nee, okay. Ah, dass man die Eisenstiefel aber auch nirgendwo... Ähm, na. Dass man die nirgendwo hinlegen kann, dass man die direkt auswählen kann, ohne dass man immer ins Inventar muss. Gott sei Dank hab ich jetzt noch dran gedacht, an diese gerissene Wand. Jetzt haben wir nämlich drei Schlüssel. Keine Ahnung, warum so viel? Ja, was heißt viel? Die Schlüssel sind ja hier in dem Tempel auch ziemlich rar. Wenn man da nicht gründlich guckt und sich das ein oder andere merkt, dann... So, ich geh an Land und er springt wieder ins Wasser. Lüchen! Okay, hier ist nichts. Was? War das die Tür, wo ich eben... Okay, dann... Gehen wir jetzt mal an die Tür hier. Ungespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ähm. Ein Strudel, ich denke mal, der wird uns bestimmt nach oben führen. Oh! Ey. Im Ernst jetzt? Oh, der hat Herzen. Ich denke mal... Ja, ich probiere jetzt mal was. Ich stelle mich jetzt mal hier drauf. Hole meinen Bogen, weil der geht ja weiter wie der Haken. Ja, sehr schön. Ich hoffe nur, dass der uns... Dass der Strahl uns bis nach oben bringt. Oh, runter. Okay, hier scheint auch nichts mehr zu sein, außer die Tür. Und hier können wir auch Zeldas Wiegellied wieder spielen. Und der Wasserspiegel ist wieder nach oben. Und wir werden auch sofort von diesem Wasserläufer begrüßt. Der sieht uns aber Gott sei Dank nicht. Okay, jetzt hat er uns gesehen. Nächster Abschnitt. Zwei Schlüssel haben wir noch. Jetzt geben wir noch... Oh Gott! Was ist denn das? Ah, da kann man wieder den Wasserspiegel erhöhen. Okay, dann gehen wir jetzt mal durch die nächste Verschlossene Tür. Zwei Schlüssel haben wir noch. Hier wird ziemlich laut. Oha. Mensch, komm her! Machen wir mal so fertig. So. Haben wir es halt einfach mal so gemacht. Und Dankeschön fürs Herz. Jetzt gucken wir erst mal. Oh, das ist schon wieder eine goldene Skortula. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht so dran komme. Ah, ich verstehe schon was... Okay, wieso geht der weg? Ich hoffe, dass der Links sich daran rechtzeitig festhalten kann. Also es sind jetzt schon zwei Skortulas. Ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich muss da hoch. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich ganz unten ankomme. ob ich dann ertrinke oder kann... Ach, ertrinken kann ich ja gar nicht. Ich bin da mal zugekommen. Ob ich dann ins Nichtswalle... Ja, das ärgert mich jetzt. Es ist schon die zweite Skortula, die goldene, die ich nicht einsammeln kann. Ich hoffe, dass ich die noch irgendwie kriege. So, jetzt haben wir gar keinen Schlüssel mehr. Ich hoffe, dass das... Was ist denn das hier für ein Räumchen? Ich weiß nicht, aber die gehen mir so auf die Nerven, ne? Die gehen mir so auf die Nerven. Der hat es mal gar nicht registriert, dass ich da bin. Was passiert denn, wenn ich jetzt gegen diesen Kristall her schüsse? Ah, ich verstehe. Okay. Ja, das heißt, ich muss jetzt quasi jedes Mal... Oh, da war ein andere Herz. Och, Mann. Aha. Okay. Gut. Probiere ich jetzt mal was aus. Wenn das stimmt, wenn das geht, dann liege ich richtig. Ach, komm, Link. Ey, das da war jetzt echt... Ich hoffe, dass ich hier irgendwie noch mal hochkomme. Oh, Moment. Merken, mehr Anlauf nehmen. Ach, Mann, das ist... Wenn ich hab nämlich... Ich glaub mal, ich... Ich kann mir vorstellen, wie ich da vorne weiterkomme. Also, erst mal den hier. Dann gehen wir rüber. So, jetzt schießen wir noch mal auf den Kristall. So, und jetzt wird mehr Anlauf genommen, bevor ich jetzt wieder stücken bleib. Oh, Link, halt nicht... Hä? Sag mal, Link, was soll denn das? Komme ich da nicht rüber? Ich bin grad ein bisschen leicht irritiert. Ich wollte grad sagen, ich kann noch bestimmt an den anderen Mauern hochklettern, aber das geht gar nicht. Okay, dann machen wir das Ganze noch einmal. Anders, da kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, nee. Weil wenn ich jetzt rübergehe, dann habe ich das folgende Problem. Also, kann ich ja gar nicht schießen, weil die Statue ja im Weg ist. Und die Statue verschwindet ja, sobald ich den Wasserpegel runterschieße. So wie jetzt. Ach, du... Ja, okay, nee. Ja, jetzt habe ich selber nicht nachgedacht. Ich kann mich doch daran festhalten. So. Ah, ja, okay. Das geht mit der Statue. Jetzt habe ich... Ich habe ein bisschen gepennt, ne? Ich habe ganz vergessen, dass ich mich doch daran festhalten kann. Jetzt schießen wir wieder drauf. Dann gehen wir wieder auf die Statue drauf und dann müsste uns die nach oben schicken, weil anders, da kommen wir ja gar nicht da hoch. Boah, ich habe jetzt voll geschlafen, ne? Also, ich habe komplett ausgeblendet, dass ich mich doch daran festhalte. Habe es doch bei der ersten Statue auch gemacht. Sorry nochmal, da war mein Gedächtnis gerade nicht ganz da. Ich schau wieder. Was ist... Oh mein Gott. Wie soll ich denn an den rankommen? Ah, Moment. Ich probiere mal was aus. Vielleicht... Vielleicht treffe ich ihn ja so. Ja, es hat geklappt. Ich habe es auch gerade gesehen, da oben kann ich mich festhalten. Oh, sehr schön. Äh, was ist denn das hier für ein Raum? Das erinnert mich so ein bisschen an Dragon Ball im Raum von Geist und Zeit. Okay. Das, äh... Ja, das ist... Das ist irgendwie cool und faszinierend. Kann ich jetzt hier gar nichts machen? Oh, Navi. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg. Sieht dennoch zu öffnen. Ja, wie denn, bitteschön? Was ist denn das da vorne? Das war doch eben schon... War das eben schon? Was ist denn da? Oh mein Gott! Der schwarze Link. Besiege deine schwarze Seele. Was? Ich habe eine schwarze Seele? Ähm... Wie soll ich den besiegen? Der haut doch immer ab. So, zeigt. Der war echt immer alles groß. Aber ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Also, wenn ich ihn anvisiere... Moment. Macht der jetzt alles, was ich mache? Der schwarze... Ja, ich versuche es ja, Navi. Okay. Boah, ich war gerade seitdem, ich habe ihn besiegt. Aber, nein. Mir egal. Ich komme da jetzt einfach drauf. Okay. Okay. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, ne. Ich darf ihn ja nicht anvisieren. Stimmt ja. Komisch. Jetzt stirbt er aber irgendwie schneller. Egal, ich habe unendlich Leben. Ich habe ja, äh... Zwei Feen müsste ich machen. Nein, ich habe gar keine Feen dabei. Stimmt ja. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich den besiegen kriege. Habe ich wirklich keine Feen dabei? Nein, ich habe noch nicht mal ein Glas Milch dabei. Sag mal, ist der wohl irgendwann mal besiegt? Wir gehen nämlich langsam die Herzen aus. Ich habe jetzt nur noch vier Stück. Nein, ich meine, das hat ihn gestört. Oh mein Gott. Er hat aber ganz schön viel Leben, muss ich sagen. Ja. Oh. Puh. Ich dachte jetzt echt, wir würden, äh... Wir würden sterben. Lieber Mann, hat der uns Leben abgezogen? Eine große Kiste. Bin mal gespannt, was da drin ist. Oh, der Ente-Haken. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Also, dann heißt das, wir könnten diese Skortulas fangen. Das ist ja mal interessant. Also, hier geht es wahrscheinlich runter. Also, keine Ahnung. Okay, dann würde ich aber sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Und bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020